Ich bin gespannt. Mega Entwicklung wäre nice, DLC nice. Zu leise, achso. Nee, zu leise ist okay. Man muss mich ja noch verstehen können. Ja, dann mach lauter. Also höchstens nochmal ne Idee lauter. So. Das ist Pikachu. Hallo, alle. Ich bin Ishihara von der Pokémon-Fraktion. Heute, Februar 27, ist Pokémon-Day. Ist das laut genug, versteht ihr alles? So. So? 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 Und jetzt hat dieser Nummer über 1.000 erhöht. Für alle euch Trainerinnen rund um die Welt, die mit euren Pokémon über die Jahre verjahrten, wir sind sehr dankbar für eure Unterstützung. Und in heutigen Präsentation, wir werden euch alle viele Nachrichten bringen. Erstens, wir wollen über dieses Jahrs Pokémon-Welt-Championss sprechen. Die erste, die in Japan gehalten werden. Mr. Chris Brown, take it away. Okay, das juckt mich halt null, ne, mit den World Championships. Hallo Pokémon-Trainers, ich bin Chris Brown von der Pokémon-Kompany International und ich bin sehr glücklich, dass Sie wieder einmal über unsere annualen Pokémon-Welt-Championss sprechen. Wie ist der Ton? Das letzte Jahr in London wurden mehr als 10.000 Trainer von all over the world zusammengearbeitet, um Pokémon zu zählen und zu epic-Battles zu erleben. Okay. Thank you to all the Trainers, who made the London World Championships our largest ever and congratulations again to our newest World Champions. Now I'd like to share with you all some details about our next event. The 2023 Pokémon World Championships will be held in Japan for the very first time. Wenn's wichtig wird, Leute, dann wenn's wichtig wird, Leute, dann then the Pokémon-Scarlet and Pokémon-Violet Games, the Pokémon-Train-Car Games, Pokémon GO and Pokémon Unite hab ich mir auch gedacht, Recon. von 11th to 13th at the Pacifico, Yokohama. For more than a decade, we have created special artwork to honor each location that makes the World Championship experience unique. Today, I am happy to share the key art for Yokohama for the very first time. Let's have a look. The World Championship is so special because of how our community from around the world comes together. We can't wait to see you there. And for those that can't make it, be sure to catch all the actions on our live broadcast all weekend long. Thank you. Thank you, Mr. Brown. We can't wait to see everyone together in Yokohama later this year. Moving on, please have a look at this video. Yeah, Rekon. Einfach deaktivieren. Wer hat denn so'n riesen Deck? Die spielen falsch. Wer hat denn so'n dick gestackt? Das macht ja gar keinen Sinn. Hä? Ist das ein neues Game? Nee, ich wollte schon sagen. Nee. Also ich hab noch nie Pokémon gespielt, aber so spielt man kein Pokémon, oder? Genau so spielt man Pokémon. N-A-G. Schön mit Retro-Karten. 200.000 Blurak. Haha. Okay, bringen die die nochmal neu raus, oder wie? Klassik. Was, 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 was? Ein Set anscheinend, okay. Ah, freu ich nicht. Neu? Neu? Netflix? Ach, irgendein Anime. Mann, die? Oh! Mr. Ishiara, danke für die liebste Introduction. Hi, alle. Mein Name ist Minyoung Kim und ich habe Netflix Filme und Serien aus dem Asiapacific. Danke, dass uns hier heute hier zuhören. Ich bin froh, wie wir Pokémon und Netflix zusammenbringen, für die erste Mal dieses Jahr. At Netflix, we're passionate about developing local programming that entertains audiences around the world. And so today, we're pleased to announce that Netflix, in collaboration with The Pokémon Company, are producing a brand new Netflix series, The Pokémon Concierge. We have a group of experts here in Japan who are passionate about finding and developing original stories from Japan that can excite audiences all over the world. And we are dedicated to adapting fan-favorite stories and manga into extraordinary shows. With this title, we're excited to marry an entirely new storyline that expands the Pokémon universe with groundbreaking stop-motion animation. To bring this new world to life, we've partnered with the amazing creative team at Dwarf Studio. The series, which will be set at the Pokémon Resort, follows the story of our Concierge Haru and the many Pokémon who visit as guests. We hope you enjoy today's first look at the Netflix series Pokémon Concierge. And we can't wait to share more with you. What's that? What's that for little fingers? This is the Pokémon Resort. The Pokémon people are going to visit as guests. Can you see this series on Kika with these Pinguins? So it looks like this. This is the story of the one of the Concierge. This is the story of the one of the characters. Thank you very much, Miss Kim. Pokémon Concierge will be a new animated series brought to you by Netflix and Pokémon. Please stay tuned for this new series release. Now we'd like to present the latest games of the game. Yeah, Spiele. Dafür sind wir hier. Für Spiele. Mr. Utsunomiya, let's take a look. So, da geh ich steil. I'm Utsunomiya from the Pokémon Company. Have you all been making good progress with your treasure hunt in the Paldea region? Today we have updates on the Pokémon Scarlet and Pokémon Violet games. But first, please take a look at the latest updates about several of our other games. Unite. Unite. Umarsis is actually so'n Kack, ne? Unite. Unite. Wer spielt den Scheiß noch? Leckt das eigentlich immer noch im Menü? Pokémon Unite. We've entered our second year of service and surpassed 100 million total downloads. More and more. Wir haben da so'viel gezockt, als das rauskam. Das erste Jahr. Das liegt so sehr Ich habe immer gesagt Das könnte so ein geiles Game sein Aber das Skins gibt Die 30 Euro kosten Nein, danke Wenn ich das nur sehe, sehe ich den Lag Ach, die werden alle Poku bringen Da gibt es doch schon so viele mittlerweile Wurde noch nichts zu K mit dem Poku gesagt Nein, kommt danach Kommt jetzt gleich Wirst du mal wieder zocken? Ja, aber nicht wenn das so lag, das macht gar keinen Spaß Das hat übel Spaß gemacht Wirklich Was mich aber auch abfragt ist, dass du mal 5 gegen 5 spielen musst Look forward to Asia's greatest Unite battles And we'll keep bringing you more to enjoy in Pokemon Unite in the future Sennileaks Sennileaks Was ist das? Pokemon Cook Academy Pokemon Coffee Kennt ihr irgendjemanden, der da spielt? Spielt das überhaupt irgendjemand? Ich wette, das ist so So ein Ein-Mann-Studio So einer, der daran arbeitet So ein Praktikant, der sonst nirgends nix machen darf To celebrate this special development You can enjoy a bonus 11-time express delivery right now Without using in-game currency Play Pokemon Cafe Remix on Nintendo Switch or your mobile device And discover what new Pokemon and outfits may show up in your cafe next I hope you're ready Here we come Those with the strongest convictions will win I'm not gonna let you win Shine on Shall we begin? Feiern dreieinhalb Jahre Feiern drei Jahre und zwei Wochen und drei Tage Die haben nicht wirklich feiern dreieinhalb Jahre gesagt, oh Ich auch, Torti Ich auch Pink is all well and good I want to be the one who beats the unbeatable champion Let's get this started Pokemon Master's EX Kein dreieinhalb Jahre Moving on Please have a look at this video Jetzt kommt Nicht dem Spiel entnommen Dramatisierung Gute Nacht Das war deutsch Schlechtes deutsch Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Was ist das? Good morning. Good morning. Guten Morgen. Lalalalalalalalalalala Ich freue mich schon, das Relaxe meine Schulpräsentation einzubinden. Und Professor Neroli, die Forschung von Pokémon sleep ist. Es ist einfach zu spielen auf dieser Island. All du musst du machen ist ein guter Nachts sleep. Wenn du dein Smartphone bei deinem Pillen, wenn du zu Hause gehst, dein sleeper wird bemerkt, recorded und analysiert. Once das ist fertig ist, es wird in einem drei sleeper Typen. Die Mädchen, die sagen gar nichts zu Karmusin und Popo oder irgendwas Gutes. Aber der hat ja gesagt, nach diesem ganzen Zeug kommt was zu Karmusin und Popo. Was? Was? Plus, plus. Soll ich mal aufgefallen, dass das alles nur Singles sind? Wieso sind das alles erwachsene Menschen da? Wieso sind das keine Kinder in dem Video? Das ist ganz cool, es gab schonmal so ein Pokemon Go Plus Ding. Ja, das ist echt cool für Pokemon Go Spieler. Ja, okay, gut. Ja, super. Ja, das ist ganz cool. Was denkst du? Mit einem Pika-Pika. 21. Juli. Kann ich schon mal vorbestellen, Shayuna. Und jetzt die Präsenz vorbei. Ist das ein Legi? Es ist ein Legi. Es sind die Legis, die wir schon seit Jahren kennen. Seit Jahren. Seit letztem Jahr kennen. Steven oder Rui, schreibt euch bitte auf wann die da sind. Neue Paradox-Pokémon haben in der Paldea-Region gefunden. Das Zeichu sieht übeln aus. Wann, wann, wann? Was? Heute noch? Heute noch? Heute noch? Was? Was? In Pokemon Go, ihr könnt Gifte von Freunden oder von Poké-Stops über die Welt besuchen. Diese Gifte kommen mit Postkarten. Als es möglich ist, diese Gäste zu verbinden, kannst du die Postkarten zu eurem Pokemon Scarlet oder Pokemon Violet. Und du findest, dass die Pattern der Videon-Ledden übernommen wird, based auf die Postkarten-Lokationen-Data. Und auf der Pokemon Go-Side, die Spieler, die Postkarten zu verbinden, finden sich selbst, die Roaming-Form-Gimmigool in diesem Spiel zu finden. Versuch, 999 Gimmigool-Koins, um Gimmigool in Golden Go zu verändern. Wir planen auch, Pokémon Home-Support für Pokémon Scarlet und Pokémon Violet zu Beginn dieses Jahr zu beginnen. Dann könntest du die Roaming-Form-Gimmigool-Gimmigool in Pokémon Go zu Pokémon Scarlet und Pokémon Violet bringen via Pokémon Home. Wir hoffen, dass ihr es sich freuen könnt. Und letztendlich möchten wir unser letzte Video für heute mit euch mit euch. Bitte schau mal an das. Ruhe Leute, palum palum. Was für ein Aufwand. Kann strong werden. Angst. Wir haben alle Angst. Keine Megas. Megas, bitte Megas. Das sieht aus wie ein neue Pokémon. Irgendwie leckt das gar nicht. Der Schatz von Zone 0. Teil 1. Türkis, grüne Maske. Indigo blaue Scheibe. Indigo blaue Scheibe. Intendlich war bald verfügbar. Was heißt bald? Voraussetzliche Veröffentlichung Herbst. 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 Herbst und Winter? Hä? Mit Part 1, The Teal Mask. Dann bring doch direkt beides raus. Part 2, The Indigo Disc, will be distributed in Winter 2023. Purchasing the hidden treasure of Area 0 will allow you to enjoy playing both parts of the DLC with the save data you already have in Pokemon Scarlet or Pokemon Violet. In Part 1, The Teal Mask, you'll be visiting the land of Kitakami as part of a school trip as your adventures expand beyond the Paldea region. And in Part 2, The Indigo Disc, you'll be studying as an exchange student at Blueberry Academy. During these adventures, you'll be able to encounter some familiar Pokemon that you didn't see living in Paldea. The legendary Pokemon that newly appear in the hidden treasure of Area 0 are Ogrepawn, with its fearsome mask, and Terrapagos, resplendent in its glittering aura. Please look forward to a new story that will unfold in two parts as you discover the roles that both these Pokemon will play in your adventures. The hidden treasure of Area 0 will be available for purchase on Nintendo eShop shortly after this presentation ends. As soon as you make your purchase, you'll be able to get the new uniform set and don some new outfits in your Pokemon Scarlet or Pokemon Violet game. As an early purchase bonus, we've also prepared a serial code that will allow you to claim a special Hisuian Zoro Arc for your in-game team. We hope you enjoy these expanded adventures in the Pokemon Scarlet and Pokemon Violet games. What did you think? As we move forward, we'll keep trying to find new ways to bring the joy of Pokemon to you all. Thank you for tuning in. Okay. Fazit. Fazit. Fazit von dem Ganzen. Absolut Underwhelming. Man hat sehr wenig vom DLC gesehen. Der Shad. Er seht schon am Shad, der Shad plus Schmutz plus plus habe ich gesehen. Der Shad brennt. Ja, so ist auch meine Meinung. Ähm, alles, was vorher war. Sleep, Cafe, Unite, Master's Ex, neue Pokemon und Booster oder was es da war. Alles interessant. Und das DLC. Also wie so Herbst und Winter, dann bringen doch direkt beides im Winter raus. Also die Zeitspanne verstehe ich auch gar nicht. Vor allem Winter 23. Ich sage lieber, dass sie gesagt haben, Winter 24. Das ist ganz komisch. Innerhalb von drei Monaten zwei DLCs rausbringen. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Und... Ich habe noch nicht viel zum Inhalt gesehen, aber es sah eigentlich echt nicht so geil aus. Keine Megas Shayuna, du wirst gleich gebannt, wenn du so weiter machst. Dolle war es nicht, ne. Ja. Das war die Pokémon Presents. Wir gehen jetzt rein in die Raids, weil so ein Psycune hätte ich gerne und so ein Viridium. Und... Ja, folgt dem Kanal, lasst ein Like und ein Video-Daumen bis zum nächsten Mal, haut rein. bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.